Ich mache mich selbstständig, das heißt Rita in Palma, das war auch schon vorher klar und was mache ich jetzt und dann fiel mir das irgendwie eines Abends ein und ich dachte, das ist doch, also hier in Berlin bei der türkischen Community die grandioseste Geschäftsidee der Welt, genau und dann habe ich mich auf die Beine gemacht und habe versucht hier in Berlin Kontakt in die türkische Community reinzubekommen, was ganz schön schwer war. Also ich hatte mit meiner griechischen Mama eben schon so ein paar Muster gemacht, also ich hatte was Greifbares in der Hand und das waren tatsächlich auch Kragen, womit ja alles angefangen hat und was so unser Key Piece ist irgendwie und genau und dann habe ich gesucht hier in Berlin in den klassischen Bezirken eben, Neukölln, Kreuzberg, Wedding, da bin ich.